Das letzte Weltmeisterschafts-Duell gegen den Gegner war kriminell. 17-1-Hockey-Weltmeisterschaft in Paris, Slowenien-Stürmer Zyga Ceglik trat nach dem Schweizer Thomas Rüfenacht. Es war der Wahnsinn von Paris. Thomas Rüfenacht kann sich nicht mehr als Ergebnis des letzten Weltcup-Duells im Jahr 2017 gegen Slowenien erinnern, er fragt, dass es ein Sieg war. Aber noch mehr als der skandalös Sieg, wie die Sonntagsansicht mit dem Titel himm «Eine Szene» über die Rüfenacht, dem Kollegin Reto Scheppi sagte zwar ein bisschen kriminell. Auffällig ist Rüfen immer noch unter uns. Zu dieser Zeit hat der Stürmer, der nach langwierigen Knieproblemen erneut sein Comeback in Ambrigab, nicht einmal bemerkt, dass Zyga Ceglik sich fast mitfasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017